Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon X Egglog Nummer 1 und ja, wir sind jetzt hier in diesem Startscreen, also wir können jetzt einfach nur auf Spiel starten drücken und dann geht's los, aber das will ich noch nicht, ich will noch ganz kurz was ansprechen und zwar wird die Egglog, also die eigentliche Egglog wird erst ab Part 2 losgehen und zwar ich hab jetzt in, also ich werde jetzt nochmal in die Kommentare meinen Freundescode reinschreiben und ihr schreibt mir dann in, also ihr schreibt mir dann in die Kommentare euren Freundescode, damit ich euch adden kann, falls ich euch noch nicht geädetet habe, weil gestern, äh nicht gestern im letzten Pokémon X Egglog Video, also in Part Nummer 0, das jetzt am Samstag kam, habe ich auch schon erzählt, dass ich das machen werde und zwar werde ich am Mittwoch um 13 Uhr, merkt euch die Zeit, Mittwoch 13 Uhr bis 14 Uhr werde ich bei Pokémon X online sein und werde dann von euch Eier entgegennehmen, damit ich in Zukunft noch, ähm, damit ich in Zukunft ab und zu noch online kommen, aber das ist halt so die Hauptzeit, wo ihr mir am besten dann die, also eure Eier schickt, am besten werden immer zwei Eier, wie gesagt, ähm, da wir wahrscheinlich nicht so viele Leute zusammen bekommen, falls es, ähm, zu wenige werden, frage ich dann auch nochmal andere, die mir dann halt schon Eier geschickt haben, ob ich von denen halt auch nochmal Eier bekomme, aber es ist halt nur was Positives, ich meine, ihr könnt dann sozusagen eure Pokémon, die ihr, also die ihr gebreedet habt, halt bloß nicht ausgebreedet, aber die ihr halt gezüchtet habt, könnt ihr dann bei mir im Spielstand sehen und das ist auch auch schon was. Gut, ähm, ja, wir drücken jetzt hier aufs Spiel starten, ich habe schon alles eingestellt, also Deutsch und so weiter und hier sehen wir jetzt den, also hier sehen wir jetzt das Intro, das soll sich nochmal kurz laufen, das geht wie so am, also ich glaube, das ist das kürzeste Intro von allen Pokémon-Spielen, ich muss ganz ehrlich sagen, das beste Intro fand ich persönlich, war das von Schwarz und Weiß, wo N als kleines Kind, als König gekrönt wurde und so, das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen, so, hier sehen wir jetzt einen Pokéball, hier, also runterfliegt auf Platans Hand, willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Platan, ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen, man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht und leben im Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Also ich werde den männlichen Protagonisten wählen. Wie siehst du aus? Also, ich muss sagen, das hier passt eher zu meiner Haarfarbe, also ich habe schon so eine Art braun, also ich habe schon eher so braune Haare, aber ich habe eher solche Augen. Deswegen nehme ich mir den Protagonisten und werde dann später meine Haare färben. Ich finde es auch cool, dass sie dieses mit dem Style und so verändert haben. Also, dass man da selber entscheiden kann, wie man aussehen will und so. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Wie lautet wohl mein Name? R. A-I-Z-O-R. Alles gut? Alles gut. Enter. Ich freue mich echt mega auf dieses Projekt. Also, ich habe da richtig Lust drauf. Razer heisst du also. Ist das richtig? Jawohl. Razer, was? Ein toller Name. Dankeschön. Razer, in wenigen Augenblicken wirst du in der Kalos-Region ankommen. Lerne dort allerlei Pokémon und Menschen kennen. Sie werden... Ja, dankeschön. Schneller geht es auch nicht. Gut, ähm... Ja. Hier sehen wir jetzt ein... Ich glaube, Daitiri. Heißt es Daitiri? Ich habe mich zu sehr mit Competitive befasst. Also, und Fiaro ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es heißt Daitiri. Oder war das die zweite Entwicklung? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Der Feuervogel. Obwohl, die Anfangswicklung ist noch gar kein... Also, hat noch gar keinen Feuertypen, soweit ich weiß. Gut, ähm... Ja. Was ich euch eventuell noch bitten sollte, ist, ähm... Ich hätte gerne ein Flug-Pokémon, falls es einer von euch einrichten könnte. Nicht, dass ich dann die ganze Zeit hin- und herlaufen muss. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier mit dem Spiegel reden. Ja, wir reden mit Spiegeln. Ich meine, ich kann ja auch in meinem Mikrofon mit mir selber reden. Kann ich auch im Spiegel mit mir selber reden. Und hat sich geschwind umgezogen. Ja, Razer stand da eben. Schaut in den Spiegel. Okay, gut. Haben wir hier noch irgendwas? Interessant. Ich glaube nicht. Hier sind nur noch irgendwelche Schubladen. Können wir irgendwas an unserem PC abholen? Laptop, tut mir leid. Amtelregel Nummer 1. Amtelregel Nummer 2. Wir haben nicht mal einen Trank, ey. Mann. Wie steht... Ah, da steht eine Videokonsole. Das Gamepad hat ein eigenes Bildschirm. Oh, Product Placement hier in den eigenen Spielen. Da ist die Mutter. Guten Morgen, Razer. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Ich habe gerade irgendwie vom Umziehen, also vom Klamotten umziehen, habe ich irgendwie gedacht. Deswegen ist es Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Trinkt ja schon mal sehr gut an. Okay. Dann machen wir das auch gleich mal. Gehen erstmal hier raus. Hier sehen wir jetzt unseren Nachbarn. Können wir uns bewegen, ne? Hallo, ich bin Serena. Ich wohne gleich hier, Mann. Ich bin... Leute, ich muss euch von Anfang an erstmal sagen, ich bin nicht gut bei mir im Stimmenverstellen oder so. Also ich kann jetzt nicht einfach so auf eine hohe Stimme wechseln oder so. Vielleicht kann ich es irgendwann, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Typ dafür. Und ich bin Sanna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Wo er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach... Ich weiß nicht, wann die Stadt auch spricht. Eskissia? Eskissia? Bezogen bist? Keine Ahnung. Ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los. Den letzten... Achso, den letzten weißen Yorklef. Okay. Gut, ähm, mein Starter-Pokémon werde ich auch gegen ein Ei tauschen. Also das habe ich jetzt nur am Anfang ganz kurz. Gehen wir erstmal hier raus. Ein bisschen her. Können Kreis laufen. Das ist echt cool, so eine Capture-Card. Generell, der neue DS hier, ich finde den mega cool. Also ich bin ja eigentlich so vom XL gewöhnt, aber dieser kleine DS ist auch richtig süß. Ähm. Hey Razor, hier drüben sind wir. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. Da wären wir also, Razor. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Razor. Du bist das also. Sana hat uns schon viel von dir erzählt. Razor kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihm besser erstmal alle vor. Das hier ist Tieno... Tieno... Keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Tieno? Keine Ahnung. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato. Ein Meisterhirn. Was bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lord R? Nächster. Ich habe eine viel bessere Idee. Mini R passt viel besser zu ihm. Dankeschön. Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr drauf gesteht, wie wäre es denn mit Monsieur R? Von mir am besten, den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Ich will einfach Razer genannt werden. Also keine Ahnung, was die sich da bei diesem Spitznamen mäßig irgendwas gedacht haben. Aber ich bin da nicht so der Typ für, deswegen schreibe ich auch einfach Razer rein. Habe ich damals bei meinem, äh, bei meinem, äh, bei meinem Epsilon auch gemacht. Du willst also Razer genannt werden? Ja. Ja. Schirren Razer ist echt der perfekte Spitznamen für dich. Ist ja nicht so, dass ich den Namen genauso gewählt habe wie meinen normalen Namen. Aber Dankeschön. Wir werden uns bestimmt gut verstehen. Also nenne ich dich auch einfach so. Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tieno. Weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Zeig, zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mache ich doch sofort. Tobato, Tomate und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Ich glaube, ich werde am Anfang, ähm, Froakie nehmen. Heißt es Froakie? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, Froxy. Froakie ist der Englische Name. Ähm, ich glaube, ich werde Froxy nehmen. Oder? Ich meine, ich tausche es sowieso. Aber, ja doch, ich nehme Froxy. Einfach, weil Froxy richtig cool ist. Besser kann man es nicht beschreiben. Froxy erhalten. Ähm, Spitzer muss ich dem nicht geben. Aber für denjenigen, der es dann bekommt von mir, der hat dann so eine Art kleines, ähm, ich sag mal, Souvenir. Und zwar nenne ich es einfach Razor. Dankeschön. Razor. Razor. Hat der auch nicht wieder. So. Das ist jetzt kein Competitive. Froxy oder so. Ich meine, es hat nicht mal Wandlungskunst oder so. Bist du mit Razor als Spitznamen zufrieden? Ja. Alle hier heißen Razor. Na schön, ich hätte gerne Pfingst zum Gefährten. Hoi, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo, Yigamaru, ich bin Serena. Nett, dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Razor erhält einen Pokédex. Okay. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Zur Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unserem Pokémon auf Reise gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Mach dich mal locker, Trovato-Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Verglühen kommen. Razor, schau mal her. Ach, schau mal hier. Das ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Razor erhält Brief vom Prof. Vom Prof. Brief vom Prof. Ich sag jetzt einfach vom Professor. Wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Professor Plotan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. So, ihr werdet jetzt hier noch keine Veränderung an dem Rahmen sehen. Das wird erst kommen, sobald ich mein erstes Pokémon ausgebrütet habe. Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal. Okay, aber vorher kommen wir hier sowieso. Doch, wir können hier sogar schon runter. Und können wir auch hier schon Pokébälle fangen? Das weiß ich nicht mehr. Fang. Vor allem fangen. Ich meine kaufen. Ich glaube, hier bekommen wir nur Tränke. Hier vorne oder da? Das sieht gut aus. Gehen wir hier erstmal rein. Ich weiß noch gar nicht, können wir uns überhaupt Pokébälle kaufen? Ja, wir können uns schon Pokébälle kaufen, sehr gut. Holen wir uns zurück 15 Stück. Also ich will mir jetzt noch nichts anderes wollen außer Pokébälle. Das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste, damit ich halt die Pokémon für euch fangen kann. Ich werde mir dann später noch, sobald ich die ersten Pokémon getauscht habe, werde ich dann Pokémon von meiner Pokémon Y tauschen. Nur um dann halt Items zu überreichen, die ich dann gut verkaufen kann. Und ja, einen Moment noch, Razer. Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Finks. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knüffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Den ersten Kampf müssen wir jetzt bestreiten. Eine Herausforderung von Pokémon, das muss ich nicht vorlesen. Okay, die ersten Kämpfe, denke ich mal, werden recht glatt verlaufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Los, Razer. Gut, ähm. Es wäre jetzt cool, wenn es irgendwie ein Shiny wäre oder so. Ah, wir können direkt Blubber. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Er geht direkt für den Routenschlag. Fängt ihm eigentlich relativ wenig. Aber, wo komme ich, dass der schneller ist? Okay, Blubber zieht jetzt nicht so viel. Ich will mal ganz kurz schauen, welches Wesen, ähm, Roxy hat. Das sehe ich hier noch gar nicht, gell? Das muss ich später schauen, ja. Obwohl wir eine Initiative von 12 haben, fängt es trotzdem schneller als wir. Krass. Okay. Wir ziehen uns aber nur 5 KP. Ist richtig ungewohnt, hier so Kämpfe zu sehen. Ohne irgendwie ein Item, irgendwie Lye, Forb oder, weiß nicht. Er geht für Glut. Macht sogar mehr als Kratzer. Hab ich jetzt... Ah, okay, ist von Crit. Okay. Ähm, ja. Finks konnten wir besiegen. Sehr schön. Ähm, ja, wir bekommen jetzt wahrscheinlich Level Up. Aber wie gesagt, das interessiert uns alles noch relativ wenig. Ähm. Gut, die haben wir jetzt besiegt. Oh nein, ich wollte meinen süßen Finks eigentlich noch ein bisschen länger zusehen. Weißer gewinnt 500 Poké-Dollar. Ich werde wahrscheinlich, ähm, wenn ich mein erstes Pokémon ausgeschlüpft habe, dann werde ich das mit meinem Anfangspokémon erstmal auf Level 5 trainieren. Oder Level 3 oder Level 4 oder so, weil sonst wird das einfach zu krass und ich hab keinen Bock deswegen dann die Challenge zu verlieren. Ähm, wow, du hast echt drauf. Warte, ich heile deine Pokémon. Sag deine Mutter einen schönen Gruß von mir. Können wir jetzt weitergehen? Ja. Okay. Ich finde es ja cool mit dem EP-Teiler hier, dass der auf alle Pokémon gerichtet ist. Finde ich sehr cool gemacht. Können wir sogar auf Gehon reiten, für die, die es noch nicht wissen. Hier so. Geht es noch nicht? Okay, nö. Später geht es auf jeden Fall. Ich glaube, es geht erst nach der Top 4. Richtig unnötig eigentlich. Okay, ähm. Und was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Razor. Dieser Pokéball. Hast du etwa ein Pokémon bekommen? Glückwunsch. Dann bist du jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. Aha, so ist das also. Razor. Kaum sind wir hergezogen. Und dann gleich sowas. Aber gut. Ich bereite gleich alles für deine Reise mit Foxy vor. Immer wieder krass, dass... Weiß nicht, dass man halt einfach, ähm... Zum Unter halt einen einfach so auf so eine riesige Reise schickt. Ja, Razor. Ich habe dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt alles so plötzlich. Genauso wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Rehornrennen. Du hast Freunde gefunden. Du hast ein Pokémon bekommen. Und jetzt wirst du Carlos bereisen. Ah, vergiss das hier bitte nicht. Razor erhält Karte. Ja, die hat sie auch schon ganz zufällig. Ähm, du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Ja. Wie die Mutter, so der Sohn. Will im Beutel die Karte aus, wenn du sie benutzen willst. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte. Aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Wo ist sie eigentlich gerade eben reingelaufen? Man hat gesehen, die ist nicht hier hochgegangen. Egal. Kann anscheinend durch Wände laufen. Okay, jetzt kommt es mit Rehorn. Erstmal wackelt alles. Dankeschön. Ach, du warst das Rehorn. Es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache. Immerhin seid ihr beiden seid eure geburtdicke Freunde. Pass gut auf dich auf, Razor. Ich hoffe, du machst das Beste aus dieser Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Gut, können wir jetzt auf Rehorn reiten? Ich weiß es nicht. Hat es die Augen offen oder zu? Jetzt hat es die Augen offen. Und jetzt können wir auch auf Rehorn reiten. Für die, die es noch nicht wussten. Ich kann es auch. Okay. Geht schon von alleine zurück. Schade, dass man mit dem... Das generell, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Meekill hätte oder so, dass man damit dann irgendwie nicht drauf reiten könnte. Das hätte ich echt cool gefunden, wenn die sowas irgendwie eingebaut hätten. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Schauen uns jetzt noch diese Zwischensequenz hier an. Hier, wie man angeblich gezeigt bekommt, wie man Pokémon fängt. Ja, habe ich gerade mitgelesen. Kreis, ich bin nicht so der Typ, der so gerne mitliest. Aber ab und zu ist es halt schon wichtig. Okay. Hier kommt jetzt immer, für die Leute, die es noch nicht wissen, hier kommt immer ein Taubsee Level 2. Genau im zweiten Grasfeld. Das ist einfach so eingebaut. Wie ist es? Oder Level 3. Ich weiß es nicht. Aber das ist immer so eingebaut. Wirklich immer. Also immer an dieser Stelle kommt dieses Taubsee. Und ich versuche mir das jetzt direkt zu fangen. Ab hier, also dieses Taubsee hier gilt schon als Pokémon, dass ich gegen ein Ei eintauschen kann. Also wenn ich das nicht besiege, dann darf ich auch kein... Also darf ich auch nicht ein zweites Ei schon benutzen. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal genau für die Leute, die es noch nicht so ganz verstanden haben. Ich versuche jetzt erstmal dieses Taubsee hier zu fangen. Eins, zwei und drei und gefangen. Gut, das heißt, wir können uns jetzt schon, wenn wir... Also sobald wir die Eier haben, können wir direkt schon zwei Eier ausbrüten. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ja, für Taubsee bekommen wir einen Pokédex-Eintrag. Alles sehr schön. Oder registriert. Möchtest du Taubsee? Ich glaube, Spitznamen muss ich... Ich muss denen keinen Spitznamen geben. Würde mich eigentlich verwundern. So, wir haben jetzt hier dieses Taubsee. Und können wir hier noch weitere Pokémon fangen? Okay, gut. Das werde ich dann nämlich alles offscreen machen. Ich werde jetzt nämlich hier erstmal den ersten Part beenden. Ähm, mache ich direkt bei diesem Taubsee. Und zwar wird es jetzt wie folgt sein. Ich habe jetzt zwei Pokémon. Ich habe einen Taubsee und ich habe einen Froxsee. Diese zwei Pokémon... Ähm... Also, für diese zwei Pokémon bekomme ich jetzt je zwei... Äh, ja, das Froxsee werde ich jetzt vertauschen. Das ist dann einfach für jemanden so eine Art kleines Geschenk oder so, die ich jemandem geben möchte. Ähm, das ist halt sozusagen das Anfangsstory. Pokémon. Und... Also, das werde ich demjenigen geben, der mir als erstes eine Tauschanfrage schickt. Und... Ja. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Für alle, die mir, wie gesagt, nochmal ein Ei schicken wollen. Morgen um 13 bis... Also, von 13 bis 14 Uhr werde ich online sein. Und da könnt ihr mir dann die Eier zuschicken. Ich werde dann mit euch... Äh, ab... Ich werde dann mit euch nach und nach tauschen. Und, ja. Ich werde mir jetzt erstmal einiges am Pokémon fangen müssen, damit ich auch genug Pokémon habe, um die mit euch zu tauschen. Ich denke mal, ich werde mir eine Box voll... ...fangen oder so. Und... Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Ähm... Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.